Musik Das Landespolizeiorchester MV musiziert auf der Spiriner Freilichtbühne gemeinsam mit 15 Spiriner Schulen. Kids and Cops in Concert. Die Veranstaltung findet am 27. Juni schon zum zweiten Mal statt. Der Vorverkauf startet am 1. Juni. Karten sind in allen Teilnehmenden Spiriner Schulen, an der Vorverkaufskasse der Sport- und Kongresshalle, bei der Polizeiinspektion Spirin und beim Verein Sisyphus erhältlich. Der Ertrag kommt Projekten zur Präventionsarbeit gegen Kinder- und Jugendkriminalität zugute. Am 15. August sind Iron Cheer und die Cappuccinos in der Hagenoer Geschäftsstelle zu Gast. Dort veranstaltet die Sparkasse Mecklenburg-Spirin dann die große PS-Lotterie-Gala. Sichern Sie sich schon jetzt Ihre Karten für die Show in den Sparkassengeschäftsstellen Spirin am Marienplatz, Hageno und Lupexlust. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? 6 W-Fragen und genau eine Antwort. Die Sesamstraße. Die beliebten Figuren Ernie und Bert kommen am 13. Juli zu einem Meet and Greet in den Spiriner Zoo. Sesamstraßenstars zum Anfassen für die Kinder von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr am Haupteingang des Zoos. Viele weitere Sesamstraßenstars erleben Sie am 22. November bei der großen Sesamstraßen-Geburtstagsshow in der Sport- und Kongresshalle Schwerin. Der alte Hafen in Bismarck lädt zum 803. Hafengeburtstag ein. Musikbühnen, Riesenrad, Jahrmarkttreiben, Handwerker und Kunstschaffende machen die Hafentage zu einem Fest für die ganze Familie. Am Samstag gibt es traditionell das große Höhenfeuerwerk. Das ganze Programm unter www.hafenfest-wismar.de. Am 22. Juni ist es zum fünften Mal soweit. Die Kunstsammlung Neubrandenburg lehrt alle Interessierten zur Verleihung des Kunstpreises der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe für Bildende Kunst in Mecklenburg-Vorpommern ein. Schirmherr ist der international bekannte Künstler Günther Uecker. Der Preis wird unter fünf Künstlerinnen und Künstlern aus der Region ausgelobt. Als Stifterin des Preises ist der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe der Bezug zu ihrer Gründungsregion besonders wichtig. Die begleitende Ausstellung »Fünf Positionen der Gegenwart« ist noch bis zum 31. August in der Kunstsammlung Neubrandenburg zu sehen. Viel Betrieb im Wald von Athen. Hermia und Lysander treffen sich, gefolgt von Helena und Demetrius. Das elfische Königspaar Oberon und Titania treibt seine Spielchen mit den Menschen. Und auch Puck, der Waldgeist, mischt mit. Der Theaterjugendclub des Mecklenburgischen Landestheaters Pachim mit einem der schönsten Klassiker von William Shakespeare. Ein Sommernachtstraum am 14. Juni im großen Saal der Stadthalle Pachim. Bist du meine Rose? Zehn. Wer alt bist du jetzt? 21, Baba. 34. 34. Allah steht dir bei, mein Freund. Wo ist die Kinder, Frau? Ich lebe alleine und ich esse alleine. Selber schon. Er sie verlassen, weil sie nicht gekochen. Jetzt essen! Oh, Anne. Ich würde eine Fischkirne. Ich schiebe dich durch. Haus durch, Auto durch, Grabstelle durch. Und jetzt ich, alte Frau, auch durch werde muss, sagt euer Vater. Ich bin schwanger. Wie willst du heiraten? Sofort. Niemals werde ich zulassen, dass meine jüngere Tochter vor der älteren heiratet. Mann, du Terrorist, du. Du lege eine Bombe in eigene Familie. Hatte, der hat eine Hand? Er will doch um deine Hand anhalten. Fatma. Ja. Er muss zu mir kommen. Du musst doch nur so tun, als ob. Komm her. Was arbeiten Sie, Hannes? Fahren Sie Mercedes? Sie essen Schiebeinefleisch? Lamm? Lamm? Lamm eigentlich sehr gerne. Verdienen Sie genug Geld? Wie viele Bundesländer hat Deutschland? Öh. Wer sind Sie? Äh, ich bin Hannes. Nein, das Hannes. Vor euch sind wir doch sowieso alle Hannes. Ich brauche einen Mann. Und zwar sofort. Sperma ist total eklig. Ich mach's ihm nicht mehr mit dem Mund. Gib ihm Ananas. Jeden Tag Ananas. Ob er das isst? Sag ihm wofür und er isst doch Klaussteine. Gott. Du bist präsidiert. Du bist präsidiert. tief% zu Weihnachten. Vielen Dank.